Möchtest du zuerst Trading üben, bevor du mit dem Echtgeldkonto loslegen kannst und weiss nicht, wie man ein Trade öffnet? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem ATAS Demokonto ein Trade eingehst und wie man den Trade Manager bedient. Sobald du die ATAS Software geöffnet und gestartet hast, erscheint hier dieses Hauptfenster Menü und von hier aus möchte ich dir zeigen, wie du nachschauen kannst, ob dein ATAS Demokonto entsprechend auch aktiviert ist. Dafür gehe ich hier einmal auf Verbindung und klicke drauf, dann öffnet sich hier dieses Verbindungsfenster. Da haben wir dann eine Auflistung unseren Konten. In einem vorherigen Video habe ich dir bereits gezeigt, wie du ein Rhythmic Datenfeed anlegen und verbinden kannst. Und hier oben, da wo ATAS Sinn draufsteht, das ist das Demokonto, was dir ATAS kostenlos zur Verfügung stellt. Hier ist es wichtig zu wissen, dass es verbunden ist. Wenn es nicht verbunden ist, ich mache da ein Beispiel, sieht das Ganze so aus, da steht dann Disconnected drauf, dann ist es wichtig, dass man hier auf Verbinden draufklickt und schon ist die ATAS Demokonto verbunden und man kann dann entsprechend auch im Trade Manager kann man das entsprechend anwählen und benutzen. Eine wichtige Info für dich, da wo Marktdaten draufsteht, sollte kein Haken drin sein, weil ATAS Demokonto liefert keine Marktdaten. Wenn du Marktdaten erhalten möchtest, damit du auch traden kannst, musst du selber ein Datenfeed anlegen. Das habe ich bereits gezeigt, wie es funktioniert. Das heisst hier unbedingt den Haken entfernen, falls du da einen Haken drin hast. Und da wo Autoconnect draufstehen, da ist es wichtig, dass man einen Haken einsetzt, damit du nicht jedes Mal beim ATAS Software Neustart hier manuell auf Verbinden klicken musst, sondern wenn hier ein Haken eingesetzt ist, dann verbindet sich das ATAS Demokonto automatisch bei jedem Neustart der ATAS Software. Nun zeige ich dir, wie man den Chart Trader bedient. Wie man das Demokonto auswählt und wie man einen Trade eingeht bzw. eine Position aufmacht. Dazu öffne ich jetzt hier ein Chartfenster und wähle mir den Goldmarkt aus und über diesen Button hier, da wo Chart Trader draufsteht, ich nenne es manchmal auch Trader Manager, kann man hier diesen Trading Panel ein- oder ausblenden und wie diese Buttons hier funktionieren, werde ich dir jetzt gleich anhand eines Beispiels erklären. Als erstes möchte ich dir zeigen, wie du dein Demokonto anwählen kannst, damit du auch entsprechend traden kannst. Und zwar hier, da wo Konto draufsteht, alle Konten bzw. hier kannst du einmal draufklicken und dann hast du eine schöne Auflistung aller deinen Konten bzw. dein Demokonto sowie auch dein Live-Konto. Und da wo DEM draufsteht für Demokonto, kannst du einmal anwählen und schon kannst du entsprechend mit dem Demokonto traden und üben. Mit diesen Buttons hier oben kann man eine Trade-Position öffnen, mit den blauen Buttons hier auf der linken Seite kann man sich einkaufen bzw. long einsteigen, mit den roten Buttons hier auf der rechten Seite kann man ein Kontrakt zum Beispiel verkaufen, wenn man in die Short-Richtung traden möchte. Wie diese einzelnen Buttons funktionieren, werde ich dann in einem Beispiel zeigen. Ich möchte jetzt hier zuerst eine kurze Zusammenfassung machen mit diesen beiden Buttons. Hier kann man die Buy-Limit und Sell-Limit-Orders, welche man im Chart eingesetzt hat, rückgängig machen bzw. löschen. Hier für die Käufer Buy-Limit-Orders und hier für die Sell-Limit-Orders. Hier kann man alle Limit-Orders löschen. Mit dem Reverse-Button kann ich die geöffnete Trade-Position von long auf short wechseln oder von short auf long. Mit dem Close-Button schließe ich alle geöffnete Trades sowie auch alle eingesetzte Buy-Limit-Sowie auch Sell-Limit-Orders. Über diesen drei Kästen hier unten sieht man Trading-Informationen, sobald man ein Trade auch eingegangen ist bzw. eine Position geöffnet hat. Hier kann man ja das Konto auswählen, haben wir bereits angeschaut. Hier drüber kann man die Anzahl Kontrakte einstellen, welche man traden möchte. Über den OCO-Button, OCO ist die Abkürzung für One cancels the other bzw. die eine storniert die andere Position. Die ist sehr hilfreich, mache ich nachher auch ein Beispiel, wenn man genau weiss, wo liegt mein Stop und wo möchte ich zum Beispiel meinen Teilgewinn mitnehmen oder meinen Trade schliessen. Kann man das schon im Vorhinein planen und sobald man gefehlt wird, sobald der Kurs an einer dieser zwei Positionen bzw. Buy-Limit oder Sell-Limit-Orders ankommt, wird dann der gesamte Trade automatisch geschlossen. Gut, hier kann man noch Strategien auswählen, das ist ein Thema für sich. Da kann man bereits auch schon im Vorhinein einplanen, wie viele Stops möchte ich Maximum kassieren, wie viele Teilgewinne möchte ich mitnehmen, ab wie viele Ticks soll mein Trade schliessen usw. Weiter geht in die ähnliche Richtung wie hier. Hier kann man das einfach manuell einrichten und hier kann man das schon im Vorhinein automatisieren bzw. automatisch einstellen. Ich möchte jetzt zum Beispiel Short einsteigen, das heisst ich werde jetzt diesen drei Buttons benutzen. Mit Sell-Market steige ich sofort Markt rein, egal zu welchem Preis, da wo der Kurs steht, da steige ich sofort ein. Ich mache jetzt ein Beispiel, klicke hier einmal drauf und schon sieht man, ich bin jetzt, also der Trade hat sich hier geöffnet, ich bin entsprechend Short, ich habe hier ein Kontrakt verkauft, deswegen steht auch Minus 1. Minus 1 ist für Verkauf. Da der Kurs jetzt oberhalb meinem Einstieg liegt, bin ich jetzt leicht im Minus und jetzt bin ich leicht im Plus bzw. ein Tick im Plus. Deswegen zeigt es mir rot an und jetzt ist der Kurs genau da, wo ich eingestiegen bin und deswegen ist ich jetzt hier schwarz und zeige mir keine Farbe an. Und man sieht auch hier entsprechend der Betrag, ob ich, wie viel ich im Plus oder im Minus bin. Jetzt bin ich minus 20 Dollar im Minus. Das kann man über diesen Kässchen hier übrigens einstellen. Wenn ich hier einmal draufklicke, sehe ich die Prozentzahl zu meiner Kontogrösse, wie viel ich im Minus bin. Hier sehe ich die Anzahl Ticks, bin ich jetzt ein, zwei Ticks im Minus. Hier kann ich alles ausblenden, sodass ich nur die Anzahl Kontrakte sehe, welche ich eingestiegen bin und farblich dargestellt, ob ich jetzt im Plus oder Minus bin. Wenn ich da nochmal draufklicke, sehe ich wieder das Geldbetrag, ob ich jetzt da im Minus oder im Plus bin. Da sieht man die Anzahl Kontrakte und zu welchem Preis ich ganz genau eingestiegen bin. 18,15,4. Ebenfalls sieht man es auch hier im Chart schön ersichtlich. Wenn ich diese Position schliessen möchte, kann ich hier jetzt einfach auf Close draufklicken und schon schließe ich die Position. Wenn ich jetzt wieder Short einsteigen möchte, allerdings nicht gleich sofort am Markt, sondern ich sage, ich möchte ein Tick oberhalb einsteigen, ich möchte mich günstiger verkaufen, dann klicke ich hier einmal auf Sell Ask und wir sehen, da wird eine Sell Limit Orders am Chart platziert und erst dann, wenn der Kurs wieder dahin kommt, werde ich gefüllt bzw. abgeholt. Erst dann steige ich entsprechend mit dem Trade ein. Vorteil ist, dass man mit einem besseren Preis einsteigen kann. Nachteil ist, dass wenn der Kurs nicht nochmal dahin geht und davonläuft, dann hat man entsprechend der Trade verpasst. Vor- und Nachteile. Und ich schliesse wieder diese Position mit Close. Ich kann entweder hier auf diesen Button draufklicken oder auch direkt im Chart da mit diesem, über diesen X-Zeichen kann ich hier einmal draufklicken mit der linken Maustaste und schon schliesst sich der Trade. Mit dem Sell Beat Button steige ich einen Tick drunter rein, von da aus, wo der Kurs steht. Ich mache jetzt ein kleines Beispiel. So, er steigt sofort da, wo der Kurs ist bzw. ein Tick unterhalb ein. Das gleiche zeige ich jetzt in die Long-Richtung. Bei Market, da steige ich auch sofort am Markt rein. Bei Ask steige ich einen Tick drüber ein, da wo der Kurs steht. Und mit Buy Beat steige ich einen Tick drunter rein und dafür setzt er mir auch eine Buy-Limit-Ordes und ich werde erst dann einsteigen, sobald der Kurs mich da entsprechend abgeholt hat. Wie jetzt zum Beispiel. Nun zeige ich dir, wie man Buy- und Sell-Limit-Ordes direkt am Chart einsetzt. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten dazu. Entweder gehst du dahin, wo du einsteigen möchtest. Zum Beispiel, ich möchte zum Preis von 18,0 einsteigen. Erst dann, wenn der Kurs wieder da hinkommt, dann klicke ich hier mit der rechten Maustaste einmal drauf. Und hier kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, wenn der Kurs nochmal da hinkommt, möchte ich Short einsteigen bzw. ein Kontrakt verkaufen. Dann wähle ich Sell-Limit. Ich kann aber auch sagen, wenn der Kurs zu diesem Preis kommt, dann möchte ich von hier aus kaufen bzw. Long einsteigen. Dafür würde ich dann die Position Buy-Stop auswählen. Ich mache jetzt mal Sell-Limit-Orders. Sell-Limit-Orders. Da sieht man schon, da ist meine Sell-Limit-Orders jetzt auch platziert worden. Und ich steige erst dann im Trade am Markt ein, wenn der Kurs wieder da hinkommt. Wenn der Kurs nicht mehr wieder da hinkommt, dann bleibt diese Position da herumliegen. Ich mache weder Gewinn noch Verluste, weil ich bin nicht im Trade. Ich habe keine Trade-Position geöffnet, sondern ich habe mich da nur hingestellt und gesagt, wenn der Kurs wieder da hinkommt, mich da abholt, erst dann möchte ich dabei sein. Und zwar Short. Deswegen nennt sich auch Sell-Limit-Orders. Hier sieht man auch, die Anzahl Kontrakte ist 1. Und wenn ich sage, okay, ich möchte diese Sell-Limit-Orders schliessen, kann ich auch entweder hier drüber oder sagen, ich möchte meine Sell-Limit-Position hier canceln, stornieren. Ich kann auch sagen, ich möchte alles stornieren. Dasselbe auch hier unten. Kann ich sagen, ich möchte zum Preis von 18,11 möchte ich mich einkaufen, Long einsteigen. Wenn der Kurs wieder da hinkommt, dann klicke ich hier zum Beispiel mit der rechten Maustaste und wähle hier Buy-Limit-Orders. Das ist die eine Möglichkeit, wenn man noch schneller eine Buy-Limit- oder Sell-Limit-Orders direkt am Chart platzieren möchte, kann man hier diesen Button einmal einschalten. Wenn ich mit meiner Maus zum Chart zurückgehe, sieht man, dass ich da mit der linke Maustaste Buy-Long einsteigen kann, wenn der Kurs nochmal dahin kommt. Und wenn ich die rechte Maustaste drücke und der Kurs nochmal dahin kommt, dann werde ich Short einsteigen. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich sage mir, ich möchte, wenn der Kurs dahin nochmal zum Preis von 18,12,0 hinkommt, möchte, möchte ich von hier aus verkaufen und dafür wähle ich die rechte Maustaste, da wo Sell-Stop draufsteht. Und ich mache jetzt ein weiteres Beispiel. Ich gehe jetzt da oberhalb vom Kurs und sage mir zum Preis von 18,18,0. Wenn der Kurs nochmal dahin kommt, möchte ich kaufen. Das heisst, ich wähle jetzt die rechte Maustaste, da wo Buy-Stop draufsteht. Und schon wird hier eine Buy-Stop-Order platziert. Und diese Orders, diese Limit-Orders werden erst dann ausgeführt, wie schon bereits gesagt, wenn der Kurs dahin kommt. Und die dritte Möglichkeit, wenn man diese Funktion hier im Chart nicht ständig eingeblendet haben möchte, weil sobald ich jetzt hier die linke oder rechte Maustaste draufklicke, wird mir immer jeweils eine Position gesetzt. Deswegen gibt es noch eine dritte geschickte Möglichkeit, indem ich da zum Beispiel den Button deaktiviere. Man sieht, jetzt kann ich mich da wieder frei bewegen im Chart, den Chart schieben und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel trotzdem eine Buy-Limit, Sell-Limit-Order einsetzen möchte, und zwar relativ schnell, kann ich hier einfach die Leertaste auf meiner Tastatur einmal draufklicken, draufbleiben und dann aktiviert sich diesen Button hier auf der rechten Seite automatisch. Also es blendet es On und Off ein. Wenn ich jetzt einmal hier draufklicke, dann ist es eingeschaltet. Wenn ich loslasse, ist es wieder ausgeschaltet. Und so kann ich entsprechend auch sehr schnell reagieren und eine Buy- oder Sell-Limit-Order entsprechend am Chart einsetzen. Ich drücke jetzt die Leertaste einmal drauf und sage, ich möchte, wenn der Kurs wieder dahin kommt zum Preis 18,13,1, möchte ich hier einkaufen und Long einsteigen. Zack, drücke die linke Maustaste und schon ist meine Buy-Limit-Order gesetzt. Und danach wird dieser Button automatisch sofort wieder ausgeblendet bzw. ausgeschaltet. Also eine sehr praktische Funktion, welche ich persönlich auch sehr gerne benutze. So, ich möchte alle meine Buy-Limit- und Sell-Limit-Order stornieren. Dann klicke ich hier einfach mal auf Cancel drauf oder entsprechend Close. Kommt aufs Gleiche drauf an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss deinen Like nicht zu geben. Unterstütze diese kostenlosen Lernvideos auf YouTube zu verbreiten. Wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ein neues Video rauskommt, dann abonniere den Kanal. Wenn du erfolgreiches Trading lernen möchtest, dann schau auf www.momentumtrading.eu vorbei. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir unten in den Kommentarfeld oder nimm mir direkt Kontakt auf. Mach's gut, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss.